Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Civil. Wir sind gerade aus dem Feenhaus rausgekommen und haben uns die Knochenstatue angeguckt. Und jetzt schauen wir mal... Da können wir zum Stadttor, Weg zum Schloss, zum Theaterplatz können wir ja mal gehen. Mal schauen, was hier so los ist. Hier haben wir eine Civil-Statue. Die Statue von dir sieht etwas... schief aus. Widerwärtiges Rebellenpack. Wie können Sie es wagen? Ich bin der undemokratisch eingesetzte Despot von Ferianis. Achso, da können wir zum Feenhaus, Civil-Statue, Rathaus, Zierbrunnen... Zum Theater gehen wir erst mal. Haben wir denn hier irgendwas? Was? Roxy-Schriften? Das Roxy-Theater. Kultureller Tiefpunkt der Stadt. Kann es sein, dass du etwas gegen Theater hast? Oh ja, ich halte das Ganze für eine eklatante Zeitverschwendung. Die Jugend wird dadurch verroht und verdummt. Warum hast du es als König dann nicht schließen lassen? Nun ja, es bringt doch einiges an Einnahmen. Ja, ist auch nicht zu verachten. Tür... Die Tür zum Theater. Aber leider sieht sie sehr abgeschlossen aus. Das ist doch besser so. Da müssen wir uns nicht dem geistigen Verfall der Kultur dort drinnen aussetzen. Na gut, na gut. Gehen wir wieder zurück zum Theaterplatz und schauen uns mal den Zierbrunnen an. Das war doch hier, oder? Hallo? Ja, latsch dir erst mal Zierbrunnen. Schöner Brunnen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so etwas in einer Stadt steht, die du regierst, Zivil. Das Ding hat mir Kalifaron Alpussa geschenkt, dieser gutmütige Versager. Okay. Hintertür des Theaters. Zur Ratshalle. Hallo, Ratsvorsteher. Hallo. Guten Tag. Gesundheit. Entschuldigung, ich bin leider schrecklich erkältet. Oh nein. Kann ich etwas für euch tun? Wer seid ihr denn, sagt sie ja immer. Wer seid ihr denn? Nee, du sagst es nicht. Toll. Ratschi! Gesundheit. Eure Mutter hatte wohl Sinn für Humor. Nein, nein. Ich bin der Ratsvorsteher. Meine Aufgabe ist es, die Ratsversammlungen zu leiten, die im Sinne aller Bürger von Feriannis für eine bessere Zukunft sorgen. Hört sich toll an. Das hört sich bescheuert und nach typischer, dümmlicher Demokratie an. Um was geht es denn überhaupt in dieser kindischen Abstimmung? Um was geht es denn überhaupt in dieser kindischen Abstimmung? Die Abstimmung wird sehr entscheidend für die Zukunft von Feriannis sein. Es geht darum, wer in Zukunft unser Staatsoberhaupt sein soll, jetzt, da die Schreckensherrschaft von Seville beendet ist. Von wegen beendet. Warte nur. Warum erkennt ihr denn keiner? Wer steht denn zur Wahl? Nun, vorerst steht lediglich die gutmütige und liebenswerte Gwendoline zur Wahl. Die Ratsmitglieder müssen sich entweder für oder gegen sie entscheiden. In der Zwischenzeit übernimmt der allseits bekannte und geschätzte Basilius die Regierungsgeschäfte als geschäftsführender König. Gwendoline? Diese gutmütige Nerrin ist doch völlig ungeeignet für die Politik. Psst. Sie ist unsere einzige Chance, wenn wir verhindern wollen, dass Basilius weiterhin an der Macht bleibt. Du hast natürlich recht. Dieser hinterhältige Stiefelicker wird meiner genüsslichen Rache nicht entgehen können. Haha. Ihr hört euch schrecklich erkältet an. Ihr hört euch schrecklich erkältet an. Geht es euch nicht gut? Ich habe mir in der Tat eine Erkältung zugezogen. Gesundheit. Es tut einfach nicht gut, hier draußen in der Kälte zu stehen. Aber ich muss bereit sein für die nachfolgende Ratsversammlung. Niemand zwingt euch hier töricht in der Kälte zu stehen. Das ist theoretisch richtig. Allerdings bin ich dann schon bereit, wenn die Ratsversammlung anfängt. Außerdem könnte es natürlich sein, dass vielleicht ein paar Journalisten der Ferianis Times vorbeikommen und ein Interview wollen. Dafür lohnt es sich, hier zu warten. Eigentlich wäre es Zeit für einen sarkastischen Kommentar. Aber ich denke, die Worte sprechen für sich. Worum geht es gleich wieder? Hat die Ratsversammlung schon begonnen? Nein, erst wenn die Glocke erklingt und alle Ratsmitglieder einberuft. Okay. Kann ich irgendwas für euch wegen der Erkältung tun? Kann ich irgendetwas für euch wegen der Erkältung tun? Wenn du nicht gerade etwas gegen eine Erkältung bei dir hast, dann kannst du wenig tun. Okay. Wir müssen weiter. Wir müssen leider weiter. Bis bald. Gehabt euch wohl. Ja. Tschüss. Schwarzes Brett. Verschiedene Bekanntmachungen aus der weiten Ferianis-Welt. Der kleine Timmy hat seinen Hund Sessi verloren. Oh. Das ist das ehemalige Ratshallengebäude. Seit ich die unsägliche Demokratie abgeschafft habe, ist es aber nur noch ein riesiger Staubfänger. Okay. Gehen wir mal zurück zum Theaterplatz. Warten, bis sie da hingegangen sind. Dann kommen wir noch zur Hintertür des Theaters. Ratshalle. Aussicht auf den Hafen. Der Hafen. Wir könnten mit einem Schiff fliehen. Ja. Beim letzten Streik der Matrosenvereinigung habe ich alle Gewerkschaftsvertreter einsperren lassen. Oh. Die sind wohl nicht gut, auf mich zu sprechen. Nein, aber sie erkennen dich nicht. Du weißt ja wirklich, wie man sich Freunde macht, oder? Hehe. Hintertür des Theaters? War Sag-O-Mat. Ein Apparat, der einem die Zukunft vorhersagt. Allerdings benötigt man dafür eine Goldmünze. Wir haben eine Kupfermünze. Wieso denn bloß? Weiß ich nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Aber es hat den Anschein, als ob der Schlüssel von innen stecken würde. Das ist ja unheimlich nützlich. Gibt es dann eigentlich hier auch Türen, die einfach unverschlossen sind? Das wäre schön, wenn es so etwas gäbe. Werbeplakat. Bald auf dieser Bühne zu sehen. Die großartige Halo. Halo. Sag mir überhaupt nichts. Theater ist ohnehin nur etwas für Leute, die nichts Wichtiges zu tun haben. Okay. Aber hier ist sonst nichts. Jetzt warten wir wieder, bis sie da... Ach nee, wir können es wegklicken, okay. So, das Theater ist zu. Civilstatue. Feenhaus. Können wir eigentlich hier weitergehen, in diese Richtung? Oder ist hier nur das Feenhaus? Nein, okay, da scheint... Oh! Streichle Katze! Die sieht man kaum. Da ist aber eine Katze. Oh, die faucht. Das ist eine Piratenkatze. Du widerlich, garstiges Biest! Ich wollte die streicheln, nehme ich dir das Wollknall weg. Okay, da faucht sie auch. Ausch! Aber ich habe eine Idee, vielleicht mit dem Fisch. Was habe ich mit dem Wollfaden benutzt? Komm, Mietz, Mietz. Feines Fressi, Fressi. Geht aber trotzdem. Haha! Civil, du bist ja ein richtiger Tierfreund. Moment. Du hast dem Fisch nichts beigemischt, oder? Nein! Wo du all deine famosen Pläne nur immer zu spät äußern musst. So, Wollknall. Was auch immer wir damit machen wollen. Aber wir haben es jetzt. Wollen wir jetzt die Katze streicheln? Nee. Wir haben dir was zu essen gegeben, du gemeine Katze. Gemeine Katze. Nee, aber hier geht es scheinbar wirklich nicht weiter. Wollfaden. Was wollen wir denn damit? Was wollen wir denn mit dem Wollfaden? Oder hat der fahrende Händler jetzt noch irgendwas Interessantes, anderes, Neues, Spannendes? Herr Hallyu ist leider sehr befestigt. Er macht jetzt Mittagspalse. Hm, seine abweisende Art gefällt mir. Allerdings stelle ich mir die Frage, ob er nicht so seinen Beruf als Händler verfehlt hat. Das ist eine lange Geschichte. Okay, da können wir also nichts machen. Können wir den jetzt nehmen? Ja, ja. Er wird sehr böse. Ich brauche erst etwas Munition. Hier, Wollfaden. Wolle ist nicht gerade tolle Munition. Aber schön, dass sie es eingesprochen haben. Können wir den Krug geben? Verlockend, aber... Nein. Okay, Autogrammkarte vielleicht. Nein. Nein. Okay, gut. Gehen wir hier wieder zurück? Können wir das? Ah, können wir. Wir haben einen Wollfaden. Oh, wir haben einen Helm. Schicker Helm. Bah, hässliches Metallding. Können wir aber nicht mitnehmen. Kann sie denn eigentlich auch mit dem reden? Hey, du darfst raus und ich nicht. Lass mich gefälligst auch frei. Ach, ich schaue lieber zu, wie du dort gemütlich weiter abhängst. Hahaha. Syville, das ist aber nicht gerade besonders nett. Ja, und? Wir brauchen bestimmt den Käse für Otto. Besser nicht. Aber wie kommen wir an den Käse ran? Warte mal, war da noch irgendwas? Habe ich gerade was übersehen? Ne, das war nur... Wir können den also wieder umdrehen, aber das wollen wir auch nicht. Das ist auch nichts. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Hm, da oben können wir nicht hin. Hier ist nur der Gefängnisbrunnen und der Wasserspeier. Dann könnt ihr auch ein Stück weiter gehen, dass ich nicht jeden Pixel hier neu anklicken muss. Das wäre super. So, zur Kreuzung. Pferd. Ich verspüre den Drang, ihm eine Geschichte aus meinem Buch vorzulesen. Zum Glück habe ich keins. Was würdest du auch mit seinem Gebiss anfangen? Was? Was? Buch, Gebiss? Hä, wovon reden die denn? Lagerhaus. Ein Lagerhaus. Eine sehr gute Versteckmöglichkeit. Warum liegt hier überhaupt Stroh? Ich habe nur, es weiß, warum da Stroh liegt. Wie geil, dass die sowas drin haben. Warum liegt überhaupt Stroh? Und Chuck Norris weiß, warum da Stroh liegt. Sehr geil, sehr geil. Ich mag das Spiel. Ich mag es. Ich mag es. Können wir vielleicht hier dem Bier geben? Also, es ist ja nur Wasser. Hallo, ihr. Hallo. 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 Auch. Kann ich sonst etwas für euch tun? Wie gesagt, wenn du Pfaff über ein Verbrechen oder über einen Verbrecher pfeift, dann frag uns Bescheid. Hm, werde ich machen. Ich habe genug von euch. Los, gehen wir. Ha. Hat die Fee noch irgendwas zu erzählen? Hallo. Willkommen zurück. Hallo. Du bist ein Mitglied des Rates? Aber natürlich helf ich. Oh. Wir müssen leider bis bald. Bis bald. Nehm ich Blume. Raus. Raus. Oh, jetzt machen wir mal so eine. Diese Kameraeinstellung. Ah, Mann. Da sind so Sachen, die sehe ich nicht beim Hinübergehen. Da brauche ich dann schon mal die Leertaste für. Oh, eine reife Tomate. Krass. Wie soll man das denn finden? Warum sammle ich denn hier die ganzen, diese ganze Obst? Ich verstehe nicht. Haben wir hier noch was übersehen? Katze, Weg zum Theater, großer Pilz. Riesige Pilze. Unfassbar, dass ich so etwas in meiner Stadt geduldet habe. Aber die sehen doch echt süß aus und verschönern das Stadtbild. Ja. Genau das ist es ja. Das ist das Problem, Lilly. Das ist das Problem. Können wir denn hier irgendwie... Nein. Nein. Ist auch nichts. Haben wir beim Theater irgendwas übersehen? Nee. Haben wir hier hinten was übersehen? Nee. Können wir hier was übersehen? Oh, eine Brechstange? Krass. Boah, das ist aber echt schwierig zu erkennen. Tut mir leid, aber ich brauche die Brechstange später selbst. Die Tür der Ratshalle klemmt des Öfteren. Können wir uns die Brechstange denn ausleihen? Bedauere. Aber ich kenne euch nicht und ihr könntet wer weiß was damit anstellen. Okay. Die können wir aber mitnehmen. Können wir nicht hier Petersilie geben? Das lasse ich lieber. Oder ein Glas Wasser? Mach ich nicht. Mach ich nicht. Eine Tomate. Ich sollte meine Gegenstände lieber behalten. Aber das geht doch nicht. Na klar geht das. Geht alles, wenn du nur willst. Eine... Eine Wäscheklammer. Alter Schalter. Gut, dass es hier die Leertaste gibt. Sonst wäre ich völlig aufgeschmissen. Jetzt habe ich eine Wäscheklammer. Kann er sich hier auf die Nase... Ich habe mir die Wäscheklammer auf die Nase gesetzt. Nicht besonders modisch. Warum hast du das getan? Die kann ich also nicht mit irgendjemandem benutzen. Die setzte sich nur auf die Nase. Ich habe mir die Wä... Warum? Dann kannst du wieder runternehmen. Warum setzt sich die Wäscheklammer auf die Nase? Müssen wir irgendwo hin, wo es stinkt? Das verstehe ich gerade nicht. Können wir denn eigentlich mit den Wachen nochmal so reden? Also mit Lilly? Hm, ich habe noch immer nichts Passendes, um diese beiden Dumpfbacken zu täuschen. Besser, ich bleibe hier zurück. Ja, machst du. Aber vielleicht kann Lilly nochmal mit denen reden. Sei still, du Dummkopf. Wir gehen hier erst weg, wenn Zivil gefangen wurde. Was haben wir denn da? Ein Leim. Okay. Ein komischer Vogel. Ich habe ganz schön Kohldampf. Sprich, ein Papagei. Ein Papagei. Ach, wie schön. Fahndungsplakat. Nehmen wir alles mit hier. Steck das Fahndungsbild ruhig ein. Vielleicht findest du ihn ja. Ja, genau. Deshalb nehme ich das Zollhäuschen. Das Zollhäuschen für die beiden Wächter. Ich frage mich, ob der Dicke von den beiden da überhaupt hineinpasst. Die Stadtwache. Die wollen mich wohl nicht durchlassen. Weil dein riesiger Bauch im Weg ist, du Dummkopf. Was? Ach ja, stimmt. Die Stadtwache. Die wollen mich wohl nicht durchlassen. Nee. Wollen sie wirklich nicht? Ich könnte jetzt ein ganzes... Ein Lagerhaus. Weißt du zufällig, was mit dem... Okay. Fahndungsplakat. Das Fahndungsplakat ist nun äußerst klebrig. Okay. Ich habe die Autogrammkarte aufgeklebt. Wie herrlich. Bösartig. Geil. Und das zeigen wir jetzt diesen... Diesen Schurken, die gut werden wollen. Ich freue mich, dass ich was gelöst habe. Und bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ja, rein da, so hier. Schaut euch das mal an. Die ist entflohen. Ein Steckbrief der Fee. Die Fee ist eine Schurkin. Arrrr. Fee? Was sagst du da, du Untotellchen? Schnapp, Vieh! Bleibt sitzen, ihr Bürschchen. Ich habe einen Botschafterausweis. Und das bedeutet, dass ich diplomatische Immunität besitze. Was? Nicht jetzt. Arrrr. Arrrr. Gegen diplomatische Immunität können wir nichts machen. Leider, aber so will es das Gesetz. Was? Hä? Habe ich wieder fünf Sekunden Zeit für irgendwas? Aber ich weiß nicht für was. Ein Steckbrief? Schnappt. Ich habe nach wie vor... Wir haben keine Munition. Die Tomate zu verschießen hört sich ziemlich fies an. Ja, du nicht, aber... Ich habe mir die Wäscheklammer auf die Nase gesetzt. Nicht besonders modisch. Arrrr. Gegen diplomatische Immunität können wir nichts machen. Gegen diplomatische Immunität? Was ist das? Ja, okay. Was sollte das nutzen? Ich weiß es nicht. Lieber nicht. Das lasse ich. Wohin sollte ich das denn schießen? Keine Ahnung, in Salat oder so. Okay, die Wedel haben die ja diplomatischen Immunität rum. Wandelt immer auf dem Vädelchen der Tugend, ihr Lieben. Hallo. Willkommen. Nee. Wir müssen bis bar. Können wir das ihr eigentlich auch geben? Nein. Wir werden nicht willkommen bis bar. Nee, das können wir nicht mit ihr benutzen. Okay, die labert irgendwas von diplomatischer Immunität, die sie hat. Seid mutig, meine Schülerchen. Und da können die nichts gegen tun. Furcht ist der Pfad zur bösen Seite. Furcht führt zur Wut. Wut führt zu Hass. Aber was heißt das? Hass führt... Hallo, ihr. Hallo. Ich habe... Was heißt das? Was will uns das sagen? Haben wir hier was übersehen? Nicht so wirklich. Pinnwand. Pinnwand. Abscheulich friedfertige Bilder sind hier aufgehängt. Süß. Über Geschmack lässt sich streiten. Okay, wenn wir das denen geben... Dann musst du dich eben... ...ins Zeug legen. Ein Steh? Schnappt Vieh! Ich habe... Jetzt habe ich 20 Sekunden Zeit. Eben waren es 5. Ein Steckbrief der Fee? Schnappt Vieh, Schabbel. Arrrr. Leider, Abbas. Haaah. Was machen wir denn dann? Oder kommen wir da irgendwie an das Pult ran in der Zeit? Ein Steh? Schnappt? Ich habe... Ein gewöhnlicher Scheib. Abscheulich gut. Aber ich bezweifle, dass... Hm. Das scheint mir weh. Ich habe den Wollfaden an die Münze gebunden. Warum denn? Was? Geizhalsfalle? Arrrr. Leider. Okay. Der Geizhalsfalle kann vielleicht das Ratsmisslied irgendwie weglocken? Oder... ...einen der Wachen? Ich werde es in der nächsten Folge mal ausprobieren. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude, Freude. Und bis zum nächsten Mal bei Seville. Macht's gut. Tschüsschen. Tschüsschen.